Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes oder auch ein Follow bei Spotify, denn heute sprechen wir nicht nur über die aktuellsten News nach dem Conor vs. Porrified, sondern auch über eine News aus der Boxwelt, die uns alle überraschen wird und wahrscheinlich nur wenige freuen wird. Aber was soll's, kommen wir erstmal zum Conor-Porrified. Nachdem Conor McGregor von Dustin Poirier ausgenockt worden ist, fordert dieser nun ein Rematch. Sein Head Coach John Kavanaugh vom SBG Ireland sagte jetzt, dass schon alle damit belästigt werden, dass McGregor sein Rematch möchte und sie denken, dass sie in einem Rückkampf gewinnen würden. Es steht 1 zu 1, das heißt, der perfekte Zeitpunkt für so ein Rubber Match wäre gerade jetzt. Ich denke, da hat er nicht ganz Unrecht. Das Momentum liegt gerade beim Conor vs. Porrified 3 Fight und nicht bei einem McGregor vs. Diaz oder Porrified vs. Diaz sogar, sondern es steht 1 zu 1. McGregor wurde zum ersten Mal in seiner Karriere ausgenockt. Warum also keinen dritten Fight, wenn sogar Porrified damit einverstanden ist? Und natürlich, die UFC könnte das wunderbar vermarkten, könnte sagen, hey, der Erste, der Conor McGregor ausknocken konnte, jetzt gibt es das Rematch und so weiter und so fort. Das heißt, McGregor will den Rückkampf, Porrified wissen wir, hat auf der Postfight-Pressekonferenz schon gesagt, dass er einen Rückkampf quasi möchte. Dementsprechend dürfen wir da mal gespannt sein. Und dann gibt es noch eine News aus der Boxwelt und zwar am 17. April wird Jake Paul, der YouTube-Star oder wie McGregor ihn genannt hat, The YouTube Kid, gegen den ehemaligen UFC-Fighter Ben Askren boxen. Ja, das ist kein Witz. Ben Askren vs. Jake Paul ist fix. Da darf jeder seine eigene Meinung zu haben. Ich habe meine auf jeden Fall. Ich bin kein Fan davon und dementsprechend würde ich sagen, entlasse ich euch auch in die kommende Woche. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Freut ihr euch auf Ben Askren, Jack Paul und auf Conor vs. Paul Re 3. Falls es den Kampf geben wird, schreibt es unten rein. Bewertungen bitte nicht vergessen. Folgt Real of MMA bei Instagram und damit ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.